Für Crêpes Suzette ein wundervolles Dessert, das man effektvollerweise am Tisch flambiert. Am Anfang steht natürlich der Teig. Da hat jede Hausfrau ihren besonderen Trick. Ich nehme immer eine Mischung aus Zucker, Butter und einen Schuss Orangensack. Und als Geschmacksverstärker geriebene Schale von unbehandelten Orangen. Gerade die Orangen, das überleitet halt eine besondere Schale, die sich macht. Der durch den Einzelnen, den wir für das Flammengen aufzugrenzen, noch versuchbt wird. Besonders wenn die Flammen züngeln, ist die Flammen... So könnte es ein Unglück geben. Aber das ist der Teig, der jetzt schon aufgegangen ist. Wir geben etwas Südöse über den Teig und dann einen guten Schuss Alkohol auf den Teig. Halten ihn kurz über die Flamme und werden unser Helm... Au! Geringfügige Probleme in der Küche... Das ist mir nichts weiter Aufregendes. Ah, der Trotan ist durch. Genau wie die Küche. Um die Wahrheit zu sagen, etwas zu sehr durch für meinen Geschmack. Lass uns nie wieder in den Fustereinsetzen. Du willst mir nicht erzählen, was passiert ist? Nein, will ich nicht. Ich möchte jetzt nur in einem schönen, lauwarmen Bad entspannen. Und was ist mit ihm? Och, ich glaube nicht, dass er uns jetzt noch gefährlich werden kann. Ich glaube nicht, dass er uns jetzt noch gefährlich ist. Ah, ha, ha, ha!